Ja, das ist natürlich eine Idee, dass Minger mich noch nicht verdenkt. Wir haben natürlich gegen 13 Leute gespielt, inklusive Anbieter. Wir hatten natürlich mehr schwerer Gang, außer weiter sein und besser. Glück war nicht heute Morgen, das schuld. Wir haben Hauptsache Punkte gespielt. Ja, feuer Punkten aus zwei Matchern, das läuft sich weis. Auf dem Niveau hier erst hat er effektiv dann aber besser, wie man gesagt, wie wenn es nur gegen die Kippe spielt, so wie es keine Chance ist. Ja, genau. Natürlich können wir heute in den Fussballen lernen. Das sollte auch mal wollen. Dass wir heute in den 2-0 gespielt haben. Und das ist super, dass wir in den Räischen Flieg gestartet sind. Wir haben die Schuhe, aber gut. Das war natürlich auch gut. Wie liefst du am Verein bei dir in Österreich? Ja, also wir spielen in die Future League. Wir sind nicht echt die Gute für ihn. Wir versuchen, es zu viel Schub zu schaffen. Wir haben das mega erfahren. Also vom Niveau hier hat das anders. Ja, das ist ganz anders. Also da kann ich nicht mehr so zu viel vergleichen. Okay. Wir sind richtig. Ich hab es auch gleich noch mal geflogen. Ich habe es schon gesagt, ich kann es nicht mehr so zu viel vor. Ich kann es nicht mehr so zu viel. Ich habe es nicht mehr so zu viel nach こ fazendo jetzt.